...gezeigt mit ihrem 22,66, dass sie schnell sein kann. Und jetzt sind sie unterwegs. Die 200 Meter Sprinterinnen, Schwarzinger, Serz Kijene, Kadaric, Klaver, Van Hunenstein und Samuel. Und Van Hunenstein, sie führt jetzt Klaver an ihr vorbeigezogen. Ihnen die 400 Meter Spezialistin, Serz Kijene, kommt sie am Schluss noch auf. Nein, es ist ein niederländisches Duell und Like Klaver gewinnt in 22,97. Like Klaver, 22,96, Marie Van Hunenstein auf Platz 2 mit 23,01. Dann persönliche Bestleistung für Dalia Kadaric, die Italienerin mit 23,23. Jamil Samuel mit Saisonbestleistung mit 23,38. Agne Serz Kijene mit 23,61 zum Schluss. Dann doch nicht ganz so schnell wie bei ihrem Lauf in La Chottefond, als sie 23,33 gelaufen ist. Dann doch nicht so schnell wie bei meinem Lauf in La Chottefond. 同 ora Untertitelung des ZDF, 2020